Meine Herren, Adlertag. Die totale Vernichtung der Royal Air Force auf dem Boden. Nullzeit für den Start, 7.15 Uhr. Unsere heutigen Ziele in Südengland sind folgende Fliegerhorsten. Menston begin Kenley. Dover, Rockinsch. Es ist unsere Aufgabe, die RAF auf dem Boden zu vernichten. Da bleibt ja wenig für uns übrig. Keine Sorge, meine Herren. Alles werden unsere Blechkutscher nicht zerstören können. Es werden schon noch einige Speedfighter übrig bleiben. Sogar für Sie, Bruno. Also, erschafft eine Maximalhöhe anfliegen und davon guten Gebrauch machen. Und versucht bitte nicht im Kanal zu landen. Sondern Augen auf und auf die Benzinuhr achten. Wir haben höchstens 30 Minuten Kampfzeit drüben. Also los, Jungs. Jungs. Untertitelung des ZDF, 2020 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 30 miles. 20 plus. Height 6000. Yes, Stanmore, I confirm. No IFF. Postile 29, now 30 plus. Yes, Stanmore, I confirm. Recheck IFF, please, Fentmore. Sorry to call you in, sir, but something's building. 20 plus. 20 plus. Convoys. None due through until tonight, sir. Hostile 31, 40 plus, please, Dodge. Better bring more squadrons to standby. Right, sir. Get a big inhale. Reconfirm. Hostile 23. Hostile 23, 180. Getting interference again, sir. Not now, Corporal, not now. Oh, that's better. Five miles. I'm afraid the raid is entering my ground race, Stanmore. Get them up. 43 Squadron intercept hostile 21. That was Stanmore, sir. Ventnor radar out of action. Get them out. Come, we can run. We can run. You see how the raid is coming up. If I'm in, I can fly. Let's go. We can fly. We can fly. Das war's. 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 Das war's.